Dein neues Bike. Deine Fragen. Hallo Christoph Damm von KRIENZ. Da du sehr gross bist, denke ich, ist es sicher wieder eher, als wenn du mit einem hohen Lenker rauslesen würdest. Wenn du mit einem Sportdorf unterwegs bist, bist du auf der Strasse, wo die Dauernden extrem zusammenfällt, ist das sicher nicht sehr angenehm. Da gibt es sicher von etlichen Marken mehrere Modelle, wo der relativ gerade drauf sitzen kann. Das ist sicher angenehmer mit deiner Körpergrösse.